Hallo meine Lieben, ja es ist wahr, Tante Wurst geht in die Wüste. Ich habe mein schillerndes Leben, all die roten Teppiche dieser Welt hinter mir gelassen und habe mich mit elf Mädchen dazu entschlossen, die Wildnis Afrikas zu erforschen. Dank RTL Inside könnt ihr auf rtl.de laufend und live darüber diskutieren, welche von uns Hühnern jetzt tatsächlich den goldenen Haiheel verdienen hat. Ich freue mich wahnsinnig, ab Mittwoch, den 10. Juli, ab 21.15 Uhr auf RTL geht's los. Ich bin gespannt.